Willkommen zum E-Mobility Update am Mittwoch, den 16. Januar. Heute gehen zwei besonders große Strome an den Start. Der neue E-Sprinter und der Volvo EX90 mit der neuen Basisausstattung. Außerdem bietet nun auch Smart einen Elektrorabatt. Also los! Mercedes-Benz Vans hat mit dem Verkauf des neuen E-Sprinter begonnen. Die vor rund einem Jahr präsentierte Neuauflage des Elektrotransporters ist ab sofort als Kastenwagen bestellbar. Entweder mit 56 oder mit 113 Kilowattstunden nutzbarer Batteriekapazität. Die Listenpreise für den neuen E-Sprinter Kastenwagen beginnen in Deutschland mit dem kleinen Akku bei 59.990 Euro netto. Brutto sind das knapp 71.400 Euro. Relevanter als der Nettopreis ist jedoch die Leasingrate, da laut Mercedes-Benz Vans bis zu 80% der Elektrotransporter geleast werden. Hier startet der neue E-Sprinter Kastenwagen mit einer monatlichen Rate in Höhe von 690 Euro. Das Angebot umfasst eine Leasing-Sonderzahlung von nur 39 Euro, einer Laufzeit von 48 Monaten und 20.000 Kilometer Laufleistung pro Jahr. Was der E-Sprinter mit der großen Batterie im Bar oder im Leasing kosten soll, wird derzeit noch nicht mitgeteilt. Fest steht immerhin die Reichweite. Mit den 113 Kilowattstunden soll der Transporter bis zu 440 Kilometer Reichweite nach WLTP schaffen. Dazwischen gibt es übrigens auch noch eine Option. Eine Variante mit 81 Kilowattstunden soll zeitnah folgen, so Mercedes. Zusätzlich wird der neue E-Sprinter später erstmals auch als offenes Baumuster erhältlich sein. Bisher gab es den Elektrosprinter nur als Kastenwagen, da er wegen seiner niedrigen Reichweite vorrangig für den Einsatz in der KIP-Branche geeignet war. Mit den größeren Akkus werden künftig jedoch viel mehr Anwendungsfälle möglich sein. Bei der Karosserie selbst gibt es zwar keine Änderung, die Technik darunter ist aber komplett neu. Der überarbeitete E-Sprinter basiert auf einem neuen Konzept aus drei Modulen. Dem Frontmodul, dem Unterboden mit Hochvoltbatterie und dem Heckmodul. Der Elektromotor ist hinten verbaut und in zwei Leistungsstufen erhältlich. Entweder mit 100 oder 150 kW Peak. Bei den Akkus handelt es sich übrigens um LFP-Zellen, die ohne Materialien wie Nickel und Kobalt auskommen. Unabhängig von der Batteriegröße liegt die maximale DC-Ladeleistung bei 115 kW, weshalb die Ladedauer von 10 auf 80 Prozent zwischen 28 und 42 Minuten variiert. Für das AC-Laden ist ein Onboard-Charger mit 11 kW verbaut. Nach dem abrupten Ende der staatlichen E-Auto-Förderung versucht nun auch Smart gegenzusteuern. Für eineinhalb Monate gibt es eine Smart-Umweltprämie in Höhe von 3.285 Euro. Damit übernimmt der Hersteller nach eigenen Angaben einen Teil der wegfallenden staatlichen Förderung. Für Privatkunden, die bis zum 29. Februar einen Smart-Hashtag 1 oder Smart-Hashtag 3 bestellen, gewährt Smart die 3.285 Euro brutto als Rabatt auf den Nettolistenpreis. Die befristete Aktion gilt auch für Leasing-Neukunden. Bei diesen wird die Umweltprämie rechnerisch in der Leasingrate berücksichtigt, wie der Hersteller es formuliert. Die Basisvariante der beiden Smart-Modelle beginnen in Deutschland aktuell bei Preisen von rund 37.500 beziehungsweise 38.400 Euro. Diese reduzieren sich durch die eineinhalbmonatige Aktion auf rund 34.200 beziehungsweise 35.200 Euro. Bereits zum Aus der Förderung am 18. Dezember 2023 hatte Smart wie viele Hersteller kurzfristig eine Kulanzregelung eingeführt und für Kundenfahrzeuge mit Zulassungsdatum bis zum Jahreswechsel die volle Förderung übernommen. Für Anfang 2024 stellte Smart auch den Ausgleich des dann reduzierten Umweltbonus inklusive Herstelleranteil in Aussicht. Nun tritt also bis Ende Februar eine andere Regelung in Kraft. Der Volvo EX90 ist in Deutschland nun auch in der neuen fünfsitzigen Einstiegsversion Core bestellbar. Damit wächst das Angebot des Flaggschiff-SUV auf drei Ausstattungs- und Antriebsvarianten. Den Vortrieb übernimmt dabei ein 205 kW starker Motor an der Hinterachse. Der Hecktriebler wird mit einer 104 Kilowattstunden großen Batterie ausgeliefert. Damit kommt der Volvo EX90 auf WLTP-Reichweiten von bis zu 580 Kilometer. Die Basisausstattung Core bietet eine 360-Grad-Kamera, 5 Radarsensoren, 8 Kameras, 16 Ultraschallsensoren und eine LiDAR-Einheit auf dem Dach. Das LiDAR kann bis zu 250 Meter vorausblicken und laut Volvo selbst kleinste Objekte unter widrigen Bedingungen entdecken. Zudem gibt es im Innenraum einen 14,5 Zoll großen Touchscreen mit Android Automotive. Die neue Basisausstattung ist alternativ auch in den Varianten mit 6 oder 7 Sitzen erhältlich und kann auch mit dem 300 kW starken Allradantrieb kombiniert werden. Der Allradler und auch das 380 kW starke Performance-Modell sind aber nicht nur mit einem größeren Akku für bis zu 600 Kilometer Reichweite, sondern auch immer mit der dritten Sitzreihe ausgestattet. Den 5-Sitzer gibt es dagegen nur mit dem Heckantrieb. Das ist nun auch die günstigste Version des Volvo EX90. Mit der Core-Ausstattung beginnt das Vergnügen bei 83.700 Euro. Der 6- oder 7-Sitzer mit Heckantrieb startet bei 86.000 Euro und die Allrad-Version bei 91.700 Euro. Die teuerste Version mit Core-Ausstattung ist der Performance-Allrad ab 96.800 Euro. Wem das noch nicht reicht, der kann das Elektro SUV der Schweden mit den Ausstattungen Plus und Ultra auch über die Marke von 100.000 Euro konfigurieren. Ein wenig Bedenkzeit gibt es noch, die Produktion läuft im ersten Halbjahr an. Fastnet hat seine Expansion nach Spanien bekannt gegeben. Das niederländische Unternehmen hat einen Vertrag zum Bau seines ersten Schnellladestandortes auf der iberischen Halbinsel unterzeichnet. Dieser soll an der A42 bei Madrid liegen und acht Ladestationen mit jeweils bis zu 400 kW Leistung bieten. Wann der Standort in Betrieb gehen soll, dazu gibt es in der kurzen Mitteilung keine Auskunft. Dafür verrät Fastnet, dass zusätzlich zu diesem Ladepark noch sechs weitere in Spanien geplant sind. Die einzelnen Standorte und Details werden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Die insgesamt sieben HPC-Parks sieht Fastnet jedoch nur als ersten Schritt an, um die eigenen Wachstumspläne beim Aufbau von Ladeinfrastruktur in Spanien voranzutreiben. Den Schwerpunkt legen die Niederländer vor allem darauf, in den kommenden Jahren Standorte an den wichtigsten spanischen Autobahnen und Städten in Betrieb zu nehmen. Erst vergangenen September kündigte Fastnet auch seine Expansion nach Italien an. Mit Spanien wollen die Niederländer nun in einem weiteren südeuropäischen Land Fuß fassen. Mit der Inbetriebnahme des ersten Ladeparks auf der iberischen Halbinsel wäre Fastnet dann bereits in neun Ländern in Europa vertreten. Japan hält bekanntlich große Stücke auf die Wasserstoffmobilität, gerade auch im PKW-Bereich. Entsprechend groß sind die Ambitionen. 800.000 Brennstoffzellenautos will die japanische Regierung bis 2030 auf den Straßen des Landes rollen sehen. Doch die Realität sieht äußerst ernüchternd aus. Denn selbst in Japan sind Wasserstoffautos aktuell alles andere als erfolgreich. Der Absatz entsprechender PKW mit Brennstoffzelle ist in dem Inselstaat in den vergangenen zwei Jahren um 83 Prozent zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden gerade einmal 422 Stück neu zugelassen. Und das im Heimatmarkt von Toyota. Also dem Hersteller, der bislang am konsequentesten auf die Wasserstoffmobilität als mittel- bis langfristige Lösung gesetzt hat. Ganz anders dagegen sieht es bei den Stromern aus. Die Verkäufe batterieelektrischer Autos haben sich in Japan derweil seit 2021 mehr als verdoppelt. Auf nun immerhin fast 44.000 Einheiten im vergangenen Jahr. Bekannte Wasserstoffautos sind der Toyota Mirai und der Hyundai Nexo. Sie verfügen je über eine Brennstoffzelle und Tanks, in denen gasförmiger Wasserstoff mit einem Druck von 700 Bar gespeichert wird. Doch die Zeiten dieser Technologie scheinen im PKW längst vorbei. Selbst im Wasserstoffland Japan. Stattdessen wird die Elektromobilität forciert. Japans Regierung hatte zuletzt ihr Ausbauziel für Ladeinfrastruktur von zuvor 150.000 auf 300.000 Ladepunkte bis zum Jahr 2030 verdoppelt. Aktuell gibt es in Japan rund 30.000 Ladepunkte für E-Autos. Auch die Verkürzung der Ladezeiten ist Teil des neuen Plans der Regierung. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität zur Wochenmitte. Wir melden uns mit dem E-Mobility Update schon am morgigen Donnerstag wieder. Bis dahin, passen Sie auf sich auf!